Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei 43.000 US-Dollar. Wir haben es nicht geschafft über die Marke von 43.600 US-Dollar, da haben wir gestern darüber gesprochen, dass das der mögliche Gamechanger werden könnte. Unser Doppeltop ist immer noch einigermaßen intakt, plus unser Ascending Triangle auch noch. Wir werden uns das alles jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken, wo wir möglicherweise doch nochmal in den neuen Trade reingehen könnten. Außerdem werfen wir einen ganz kurzen Blick auf Gold, weil dort unser Ziellevel endlich mal erreicht wurde. Und ja, ansonsten würde ich sagen, verplempern wir keine Zeit. Starten wir ins Video, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe gerne reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale kommt da gerne rein. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Trading-Börse sucht, kann ich euch nur BingX empfehlen. So, jetzt gehen wir aber rein. Bitcoin bei 43.000 US-Dollar. Wie gesagt, wir sind gestern hier kurz an die Marke von 43.800 US-Dollar gekommen. Wichtig wäre ein Close bei ungefähr 43.600 US-Dollar gewesen. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir haben nur die Liquidität wieder drüber gefischt. Und jetzt ging es nach unten. Also an sich, genauso der Plan, den wir gestern besprochen haben, nochmal nach oben. Und dann sollte eigentlich der Abverkauf kommen. USA und Deutschland sind back. Alle Märkte sind wieder back. Deswegen schauen wir mal ganz kurz noch, was heute für News anstehen. Wir haben die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, die Folgeanträge Arbeitslosenhilfe. Und das war es eigentlich schon. Wir haben eine sehr, sehr ruhige Woche. Das sind so die Hauptnews. Wichtig vielleicht nochmal ganz kurz zu beachten. Die Funding-Rates sind weiterhin auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Nachdem wir unseren Peak hier erreicht haben, das war am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, gingen die Funding-Rates minimal runter. Aber wenn ihr euch das mal anseht, lässt sich der Trend schon klar und deutlich erkennen. Die Funding-Fees sind sehr, sehr hoch. Das heißt, die Leute kaufen die Dips. Die Longen, die Dips ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt. Nur in dieser Phase ist das alles hoch spekulativ. Ich habe eigentlich, wie gesagt, jetzt eigentlich eher mit einer Rallye gerechnet. Nachdem dieser Dump aber das erste Mal ausgeblieben ist und wir derzeit überhaupt keine wirklichen signifikanten News mehr haben, gefällt mir diese Gesamtsituation einfach derzeit noch nicht. Also wir müssen das alles mal noch ein bisschen weiterhin beobachten. Ansonsten wichtig ist das erste Mal, wie jetzt der heutige Tag verläuft. Sobald wir hier über die Marke von 43.670 US-Dollar, ich zeichne das mal hier nochmal ganz kurz ein, drüber schließen sollten. Den Daily Count Candle und auf jeden Fall schon mal eine 4-Stunden-Candle, das wäre schon mal ein Anfang, könnte die Korrektur erst einmal vorüber sein. Dann rechne ich wahrscheinlich erst einmal nicht mehr mit einem Doppeltop, sondern eher, dass wir uns weiterhin hier in dieser Seitwärtsphase akkumulieren, bevor wir dann ein bullisches Breakout nach oben hin bekommen würden. Wenn wir dieses Breakout kriegen, wir gehen jetzt das mal ganz ein bisschen pessimistischer an, jetzt nicht ganz vom Ende, aber von hier aus, würde das bedeuten, okay, wir würden uns perfekt hier oben im Golden Pocket bei ungefähr 48.000 bis 50.000 US-Dollar wiederfinden. Wäre mir für eine ETF-Zulassung ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, also wäre ein bisschen enttäuschend, wenn wir nur bis dahin steigen würden. Aber gut, was wollen wir mal machen? Wäre auf jeden Fall schon mal ein 10% Pump, aber gut, erstmal noch alles abwarten und noch nicht zu viel Hoffnung stellen. Ansonsten gehen wir nochmal ganz kurz auf den Daily-Time-Film. Also ihr seht schon, unser Doppeltop ist noch einigermaßen intakt. Aber wie gesagt, sobald wir hier über diese 43.600 US-Dollar schließen, wäre das Thema für mich vom Tisch erst einmal, weil wir dann ein höheres Hoch wiederum hätten und nicht mehr diese Rejection-Zone. Also das hier alles ist theoretisch schon ziemlich grenzwertig von dieser Bewegung, von der Dauer der Bewegung und von dem ganzen Ablauf. Weil die letzten Doppeltops waren jetzt alle nicht wirklich so, dass man sagen kann, okay, die haben sich jetzt ewig lange hier gezogen, und wir können uns hier vom Bullrun das mal ein bisschen angucken. Hat nicht so lange gedauert. Hier so ein kleines Top, was wir gebildet haben. Also ihr seht schon, vergangenheitsmäßig gibt es hier nicht viele Klarheiten dafür. Ansonsten Bearish Divergence haben wir natürlich immer noch. Der RSI mittlerweile schon auf 57 korrigiert. Das ist ja auch so ein Zeichen. Ich habe es ja auch schon mal dazu gesagt, Korrekturen müssen nicht extrem nach unten hingehen. Korrekturen können auch seitwärts verlaufen. Und das bietet sich eben jetzt gerade durch dieses Ascending Triangle, also aufsteigende Dreieck, momentan noch ein bisschen an. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Die Show ist einfach momentan 50-50. So ehrlich muss ich auch sein. Ich habe momentan auch keinen Plan, was hier abgeht. Das Sinnvollste. Einfach aufgrund Funding, weil wir extrem hohe Fundinggebühren haben. Das heißt, die meisten Leute sind long. Und aufgrund der ganzen Indikatoren wäre, dass wir zumindest nochmal einen absoluten Flashcrash kriegen. Alles Billiggeld, alles Dump Money nochmal komplett aus dem Markt spülen und von da aus dann gesund nach oben hinsteigen und dann einen Bullrun sehen. Weil so viel dummes Geld, wie momentan im Markt ist. Ihr seht es an YouTube-Klicks. Es ist scheißegal, was das für Coins sind. Solana. Jeder will nur noch wissen, wohin geht Solana. Guckt euch mal die Heatmap bei Solana an. Zwischen, ich glaube, 40 oder 50 Dollar. Da werden so viele Leute noch auf die Schnauze fallen. Und auf diesen Moment warte ich einfach. Ich habe es gestern schon, glaube ich, in Telegram auch mal gepostet. Also, ich weiß auch nicht. Momentan freut euch über eure Gewinne, aber versucht jetzt nicht irgendwie auf einen zu fahrenden Zug aufzuspringen. Das macht keinen Sinn meiner Meinung nach. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu bearish, aber vielleicht auch ein bisschen warnend. Aber gut, wir kennen es. Wir sind jetzt lang genug im Markt, knapp vier Jahre. Und ich habe da keinen Bock drauf, dass hier irgendeiner von euch noch in irgendeiner Phase jetzt gerade hier Geld verliert. So, ansonsten, kurzfristig können wir jetzt auch mal gucken. FIP-Level von unserem Tief bis zu unserem Hochziehen. Sehen wir auch, okay, 42.400 US-Dollar liegt derzeit unser kleines Golden Pocket. Schauen wir uns nochmal dazu ein Traders-Reality-Indikator an. Was man hier noch dazu sagen muss, das habe ich gestern nicht gesagt, unsere Psy-Range wurde jetzt auch negativ getestet. Das heißt, von unten hin getestet. Wir hatten diesen Abverkauf zum Sonntag, Montag, Dienstag, dann diese Erholung zu Mittwoch hin. Und jetzt befinden wir uns wieder darunter. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Aber momentan sieht das alles noch nicht wirklich bullish aus. Auch die Psy-Range übrigens liegt genau hier bei den 43.600 US-Dollar. Was für ein Zufall. Also, sobald wir hier wieder drüber kommen, ist wahrscheinlich korrekturmäßig erstmal abgesagt. Dann wird sich das Ascending Triangle durchsetzen. Sollten wir heute im Laufe des Tages noch einen weiteren Abverkauf sehen, werden wir auf jeden Fall weiter nach unten hin gehen. Aber ich rechne immer noch mit 70%, dass wir nochmal deutlich, deutlich tiefer gehen. Kaufe, aber wie gesagt, weiterhin tagtäglich Bitcoin. So, ansonsten habe ich euch ja noch versprochen, Gold, Gold perfekt abgeholt. Also ich bin jetzt short, nur zur Info. Gold hat perfekt hier oben das Golden Pocket jetzt erstmal abgeholt. Wir haben hier die 4 Stunden Überschneidung, also den Close. Ich glaube nicht, dass dieser Wig hier sehr, sehr entscheidend wird. Auf jeden Fall, wir haben eine Long-Position offen. Die bleibt auch erstmal noch offen. 50% dieser Position ist jetzt zur Short-Position. Also perfekt, da kann man diesen Scheiß hier oben nicht abholen. Und einen Stop-Loss würde ich erstmal hier oben über die 2.111 legen. Das heißt, ungefähr ein Risk von 1,37% ist absolut noch human und rechne jetzt hier erstmal mit einer Gegenbewegung. Was kommt da auch noch dazu? Die XY, wenn wir schon dabei sind, auch langsam hier könnte mal seinen Boden gefunden haben. Wir schauen uns das Ganze mal kurz auf den Daily-Timeframe noch an. Da sehen wir, okay, wir bewegen uns langsam, aber sicher hier möglicherweise in Richtung doppelten Boden. Die 99,8 sind auf jeden Fall noch drin. Und es würde nochmal einen deutlichen, oder was heißt deutlichen? Wir sprechen hier dann von nochmal, warte, ich hasse Trading-Field manchmal, ich sage es euch nur, nochmal von 1% bedeuten. Wäre jetzt nicht übel, wenn Gold dafür nochmal im gleichen Ziel nochmal steigt, wäre das auch nicht schlimm. Aber ich rechne auch hier dann langsam aber sicher mal mit einer Erholung. Und jetzt nochmal gerne eure Meinung. Entspannterweise oder komischerweise hat darauf gestern kaum jemand reagiert. Ich habe gestern in die Telegram-Gruppe geschrieben, der Bitcoin-ETF kann auf kurz oder lang der Untergang für Krypto sein. USA kontrolliert alles dann. Die Diskussionen darunter waren schon ein bisschen mehr, aber es hat mich gewundert, dass nicht viel, viel mehr Leute darauf reagieren. Okay, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben, weil meiner Meinung nach wird alles kontrolliert. Ich habe es hier geschrieben, wenn du BlackRock, USA, Tether, USA, Circle, USA, Coinbase, USA, MicroStrategy, USA und wie sie alle heißen hast, ist es dann wirklich noch unkontrollierbar, die spielen mit uns. Und das ist meine Meinung. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ihr euch schon mal einen schönen, entspannten Tag. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Viel Glück mit dem Goldtrade. Und dann schauen wir mal noch ein bisschen, was Bitcoin so macht. Ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.